Trader, euer Versand für sammelbare Spielkarten. Mit einer kurzen Produktpräsentation, halte mich auch kurz, und zwar stellen wir diesmal diese Deckbox vor. Das ist die Saturn Tower Box. Saturn deshalb, weil sie aus so einem Saturn Bezug ist, also fühlt sich ganz, ganz fein an. Ist also nicht so einfach wie ehemalig Plastik, sondern ist Saturn. Ein bisschen was Hochwertiges, wenn ihr mal ein bisschen stylisch und hochwertig eure Karten auch bewahren wollt. Die ist aus richtig robustem Hartplastik von Ultra Pro, wie man sieht. Ist natürlich mit dem Ultra Pro Produkt abgestimmt. Insofern, dass der Hersteller sagt, ihr bekommt hier rein doppelt eingetütet 100 Magic Spielkarten. Oder natürlich auch Yu-Gi-Oh! Spielkarten entsprechend in diese Box. Und die Box hat noch ein spezielles Gimmick, nämlich das Geheimfach hier unten drunter. Da kommen Würfel rein, Lebenspunkte, so Live-Counters oder irgendwas. Also kann ich auch sehr empfehlen. Neues Produkt, einmal ganz kurz vorgestellt. Noch der Hinweis, wenn ihr weitere Infos erhalten wolltet, dann folgt uns auf Facebook oder addet den YouTube-Channel. Alles klar, vielen Dank. Bis dann. Tschüss.